bei der schwelle unicorn gentleman's club team der mensch oder normales der match Ah, ich bin bereit. Hm. Was haben wir denn? Guck mal, deine Schutzweste passt sogar zu mir. Mit einem anderen Schachtturm. So, ich mag was an den Rekord, halt so. So, wir sind einfach, haben wir nur, ah, wo wir sagen, wir haben auch Waffen, okay. Bakju, da stehst du. Da steht der Sackjunge und kämpft in der Ecke, weißt du? Wie sie sich die ganze Zeit rumzuckt. Ja, Doppelkick. Haben uns beide weggeholt. Das ist so einer meiner Lieblings-Death-Metris, yo. Ist alles verwinkelt. Der Sackjunge, er kommt ja mit einem Granatwerfer. Weiß... Nö. Granaten. Nur normale Granaten. Ja, 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 ja. Geh mir auf. Nur normale Granaten. Oh, mimimi. Das war's für heute. Ja, ich hab ne Granate geworfen, die ist in der Mülltutel vor mir gelandet. Nein, nein, nein. Ich hab dich grad angeguckt und die lag nur so, plup, lag direkt irgendwie. Nee, alles gut. Die... Herzhaft? Ich hab mir nichts gepackt und gerade. Läuft nicht. Schön. Babypenny weiß halt nicht umgelegt. Irgendwie hab ich da nichts dagegen. Komm mal da runter vom Dach, mein Freund. Aber schön vom Dach geholt. Natürlich. Du hast Enrico runter geholt. Ah. 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 Irgendwie nicht alles entstanden. Hab dich. Beide geholt. Da war... Alter, gleich beide auf einmal... auf einer Stelle. Was? Dreck dich wieder an der Dichs. Wie bitter. Vergesst es. Wo stehst du überhaupt? Du, du, du. Ja. Glück gehabt. Das hat sich ganz gekillt. Ja. Wahrscheinlich hier oben auf dem Dach chillt. Scheiße. Der Burning Man kam noch angelaufen. Da, ey. Nee, ich hatte Bulldite Testosteron. Deswegen konnte ich so schnell ziehen und schießen. Und konnte ein bisschen was aushalten. Käpf auf Testosteron. Auf Drohnen. Auf Drohnen. Auf Drohnen. Kommt ein Video vielleicht nicht so gut, aber... Oh oh. Jetzt ist Markus auf Drohnen. Das ist natürlich nicht gut. Sack. Jawoll, ich hab dich trotzdem noch gekriegt. Und auf den zweiten hinterher mit dem Handy. Schöne mit dem Handy. Nee, du hattest dir nichts ausgehalten. Der war bei dem nicht mit dem Handy heute. Auch der. Vergiss es. Alter, ich höre es nur die ganze Zeit explodieren. Was geht denn da ab? Meinst du, ich höre die Dings nicht? Die Handlungsmine oder was das ist? Oder die... Äh, die... Die... Die Haftmine. Wie alles hier zugemint hat. also ... im Gegensatz. Fakt. warte fack mit geschrottet ich höre schrott gepumpt du sagst du wieso kannst du dich mal liebst du zwei schrott finden wieso überlebst du zwei schweiß zwei schrott und zwar aus nächster näher ich hab dich eigentlich hätte ich tot sein müssen zwei schmutz ja ich hab dich schon weg geholt eigentlich hatte ich das da schön weggeschrottet ich dominiere penny schön aus der ecke geholt die frage wo ist der andere von uns markus habe ich noch gekriegt den markus habe ich noch geholt wieder sich schön das auto setzen wollte noch ja 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 Ich hab dich nicht einmal getroffen, oder? Gut, das Lachen sagt ja schon alles. Hinter mir, der Sackjunge, hinter mir sitzt der Alte. Ja. Was? Hä, warum? Darum bist du... Hä? Hä? Wär so geil! Oh, kommst du dort direkt! Das wäre der Geiste-Gilfe. Nein, die gibt es gar nicht, die Constitution! Gibt's nicht! Gibt's nicht! beide noch hauswahrung geschafft mit punkte als tode keine gesundheitspakete wenn er mir das ding zugemacht wobei es am anfang ist noch beschissen aussah da markus echt viele punkte geholt jetzt gab ich so 45 kill direkt hintereinander mit zwei ich stehe wieder am nächsten gebäude marcus hat kevin hat wieder auf marx gewertet natürlich ich werde nur welche rennen und fallschirmsprünge geht das ist eigentlich immer ziemlich sicher ich bin sicher dass ich da nicht raus bin ich wohl ich wohl so war ziemlich am anfang mal gemacht ich weiß ich bin ich gegen das haupt geflogen ich bin auf der punkt macht er oben ist noch einer oder hat naja wichtig ist nicht wie schnell man leider langsam an das hat auch mal kommt nur die punkte es kommt am ende sicher und mann abgesehen von dem helikopter der hinter uns ist die helikopter der hinter uns ist sehr uninteressant ist ja nur der der uns ablieferten startpunkt ja ich will nicht verarschen sollte das schießt nur von den punkten letzten ab ich bin zwar von der position der letzte aber es ist noch nicht egal ich habe 130 du hast 150 bis 165 naja wenn ich 135 habe bin ich doch unter dir ja manche sagt ich war ich diese aussage ja gemacht das ist nur zehn wenn man davon hat schon mehr punkte ja mal gut markus wahrscheinlich ja ja ich habe zu stunden bei zehn an die drinnen und das ist das problem mario trifft hat genau und so immer fragen fragen das auch eine kamera im straßen ja irgendwas hat gerade kommt ich komme ich vertrete ich war schön auf anrufe von dem punkt die verliert natürlich jetzt dann habe ich das rennen verloren also ich komme mit meine kamera weg gedrückt meine größten feinde naja damit habe ich das rennen verloren wir sind da vor mir es gibt nur fünf punkte weiße fick dich doch alter das spiel ist nicht ich bin auch kurz schnauzen glätte schöne größe naja dann bist du halt letzt ich bin sogar gut gelandet und markus neben mir macht doch genau die mitte aber wie gesagt ich habe verloren ja wie du scheiße verlierst du ey weil ich wollte schon dann fliege auf den punkt gehen und dann dreht sich mein controller dreht sich irgendwie die komplette kamera weg und so war der punkt verloren so habe ich echt viele punkte verloren scheiße man das ärgert mich gerade wieso das verlierst du das ding gerne und sind und 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 Auf